Herzlich Willkommen zu Yakuza Like a Dragon. Wir müssen zu Otoimeland gehen und ja, schauen wir mal was uns dort erwartet. Oma. Oma. Ich weiß nicht, ob ich die Zeit nicht verletzt. Hm. Oh, wirklich? Also, du hast den Tag abgeholt. Aber du hast du zwei Wochen gehabt, nicht? Du hast zu viel Arbeit verloren. Und wenn deine Begründungen richtig sind, dann solltest du das abgeholt werden. Und das ist ein ernstes Medikament. Und wenn du dich aus der Arbeit ausfügt, wie solltest du deinem Vater für dich bezahlen? Es scheint, dass dein Leben leichter wäre, wenn du gerade sterben. Aber ich denke, das ist aus Ihrer Kontrolle. Du schreitst? Oh, komm mal! Ich sage nur diese Dinge, weil ich dein Chef! Ich kann auch dein Therapist sein. Aber zurück in, wenn du besser fühlst. Okay? Tschüss. Ich sage dir, Mädchen, diese Tage. Also, die Leute hier hören, über den Job, wir haben, glaube ich? Entschuldigung. Ich denke, ich will nicht hier sein. Ich habe hier gearbeitet. Ditto. Ich bin kein Fan von irgendwas, was ich gerade gehört habe. Du bist auch, Kasuga? Ja. du bist hier allgemein, nur um mich zu insultieren, und mein Platz im Geschäft? Ich werde dir wissen, Hello Work praktisch begann mich, für dich drei. Sie sagten, Sie sagten mir, du wärst bereit, alles zu tun. Ich will nicht, was sie dir sagten. Wir haben immer die Prinzipien. Ja, ich bin sehr dankbar, dass Kanbei eine gute Worte mitgebracht hat, aber ich passe. Süssens. Es gibt viele andere Arbeit in denen. Nogst du, Ichivan. Was macht sie in den Kassula? Hey, ist es ein Problem? Du solltest hier keine Probleme geben. Ich nenne die Yakuza. Wir sind mit dem Seriyu-Klan, du weißt? Der Seriyu-Klan? Du bist wirklich sicher, dass du etwas anfangen willst? Ist das Seriyu-Klan-Territory? Well, das wurde einfach kompliziert. Hey, Kasuga, wir brauchen einen Scrab. Warum schaust du mich so? Du läufst ja wie Monkey D. Ruffy auf dem Anti-Anti, wie das auch immer hieß, falls mich nicht erinnert. Ich werde den Job nehmen. Ich beginne, wenn du willst, Boss. Hä? Was machst du denn? Based on what I just heard, you got a lot of issues here, from plumbing to personnel. You need a hand, and I've got 16 years of direct experience in this industry. I know what works in these places, and I can even go scout some fresh talent for you. What do you say? Y-yeah, but... What about those two? PROSTITUTIONS GOTTA GO! NO! BORING! YIJI CHO! Hm? Oh. Well... ... 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 Ich hoffe ich bin nicht zu schnell mit in diesem Wölte, dann mache ich das bisschen langsam voran spielen, also vorspulen. Okay. 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 Wie ist das? Hm? Yo. True. Nein. Hey. Yo. Oha, nici pe lţe aţe să lăupt. Hey. genial Was ist das? Oh! Yes! Was war das? Ja! Wie alt ist das? Habe ich das nicht mitgekommen? Wahrscheinlich um die 60. Was? Hoffentlich kein Millenzone. Yep. Hmm. Okay. Okay. Wow. Yep. Okay. 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 Hmm. Huh? Ja. Hmm. Ja. Okay. 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 ARD Text im Auftrag von Funk die leder sagt ja obwohl es gar nicht unten irgendwas ähnliches jetzt aber nein nein ja 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 geh ab ins café dort wo sie normalerweise immer stehen bleibt ja leute da sind vier gegner auf der karte kann man es sehen jetzt kommen gegner von zu die gewalt laufe meck gut dann es wohnt hey look over there that's not a let's get some answers out of her I seriously doubt she'd ever admit to it should only interrogator after we have proof I say we trust the former detective on this one fine Sorry, we're full right now. Oh, I'm meeting someone inside. He's sitting down with Nanoha. Maybe she's dating him on the side. Let's try an eavesdrop on their conversation. How do we do that? Can't hear anything out here. I got this. Kasuga, call me on your phone. Okay. I'm sorry, but we're full right now. Please, can I just use the bathroom? Seriously, I'm about to piss myself. Uh, sure, go ahead. Okay, nice. I didn't get this idea. Sorry, you had to come out here. Are you alright? You look really tired. Oh, it's my health problems. These days... We should get down to it. First of all, the money. He said money. He's gotta be her other man. Hold your horses and see the transaction go down. Uh-uh. Somehow I'm thinking to take the advantage of two million yen. Huh? Huh? Three million left to go then. If you'd carry out the process. Ten days from now, we can soon carry out the procedure. But... Maybe we don't need... Ich bin mir nicht so, dass ich mich nicht so schraue. Ich bin mir nicht so, dass ich mich nicht so schraue. Dein Vater, dass ich mich nicht so schraue. Du hast es dir selbst gesagt. Nach all dieser Zeit. Du willst das nicht für ihn? Nein, bitte nicht. Ich will nicht so, dass ich mich nicht so schraue. Ich will nicht, dass ich mich nicht so schraue. Wieso kommt man das nicht mal? Aber dann muss es mir nicht so schraue. Das ist wahr, aber du musst nicht so schraue. Nach allem. Duhst du das nicht? Das ist das, was du uns bezigst. Oh, okay. Es ist nur mein Vater. Oh? Ha, 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 ha. Erstmaler, hm? Das ist das, was ich nicht so schraue. Das ist das, was ich nicht so schraue. Uh, ich glaube. Alles wird mir nicht so schraue. Du und dein Vater. Du bist so schraue. Es wird gut. Ich würde ihn noch mal sehen. Ich würde ihn noch mal sehen. Ich kann das nicht so schraue. Aber ich fühle mich so schraue. Du bist hier. Bitte. Ich verstehe deine Probleme. Aber wir sind hier fertig. Warum hat sie ihm Geld gegeben? Es war 2 Millionen. Nichts zu schraue. Was ist das? Du denkst, dass Nanohassan in etwas schraue? Wie was? Ich weiß nicht. Wir müssen nur fragen, und herausfinden. Oh, hey! Oh, sorry. Hey, alter Mann. Entschuldigung, das nicht so schraue. Ja. Wie wird das richtig machen? Er hat einen geschlossenen Faden. Komm schon. Nicht diese Scheiße. Entschuldigung. Wir sind in eine Runde. Wenn du nicht Zeit hast, um das richtige Ding zu tun, schau dir aus. Und schau uns ein paar Gramm. Lass uns alleine, Mann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nicht so schnell! Die sind auf Ege raus. Ich verwandle dich jetzt in Gangster. Ja. Wie der recht aussieht. Ja. Ich greife mal den an. nicht mehr, man bei der Ease auf! Okay. Let's go! Come up! Let's go! Getschle! 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 Vogelange ruf zu einem vernichtet stirbt mit einem schlag tot zur nächsten stufe nächste stufe sehr schön leute wir haben die besiegt wenn wir wahrscheinlich die frau für für lohn im namen aus augen für ja Ja, wir können uns aber den Typen schnauern. Ja. Das wirkt mir wie ein Polizist zu sein. Er erinnert mich an den Polizisten vom Boss der Sohn. Asakavas Sohn halt, äh... Warte, ich hab grad sein Gesicht gesehen. Ich hab mir jetzt nicht fokussiert drauf. Ich soll mal sehen, kann ich beurteilen, ob es der war oder nicht. Ich schätze aber, er ist Bulle. Oder Germagenturso. Das könnte ein Gerichtsgebäude sein, weil es Kamera überwacht ist. Die soziale Wettbewerbsorganisation? Okay, ich lag falsch. Okay, dann ist es wegen ihrem Vater. Ihr Vater ist ein Altersheimer. Das ist ein Altersheimer. Das ist ein Altersheimer. Das ist ein Altersheimer. Aber dann würde das alles Sinn machen. Sie bezahlen diesen Mann für ihren Vater in einem schönen Ort. Das ist gar nicht schade. Ich weiß nicht, wie klassisch die soziale ist. Niemand würde 2 Millionen in Geld. Plus, warum würde sie bezahlen von ihrem Vater in einem Café? Ja. Das ist ein guter Punkt. Erinnerst du, was sie gesagt haben, als wir eavesdrohten? Sie beugte, dass sie ihren Vater sehen. Und sie ihn nicht bewegen. Er hat nur gesagt, nein. Das ist eine gute Frage. Das war's. Es ist ein Gedan von Sunlight Kasteln. Er, ist ein Mann, der hier leben mit einer Frau von Nanoha? Du willst mit Nanoha Mukota? Ja, ihr Vater ist hier. Wie kann ich dir helfen? Wir arbeiten mit Nanoha, im gleichen Ort des Geschäfts. Können wir kommen? Entschuldigung, aber nur die Familie ist bereit zu besuchen. Das war prediktabel. Wir sind nicht hier, um ihn zu sehen. Die Wahrheit ist, ich schaue ein Haus für meinen eigenen Vater. Nanoha-San sagte, dass deine Facilität so groß ist, also ich wollte es probieren. Ich bin sehr entschuldig. Du kannst nicht rein kommen, wenn du mit einem aktuellen Lassie gehst. Wirklich? Ja. Wenn du möchtest, die Läute unserer Räume zu besuchen, dann besuchen wir unsere Homepage online. Du kannst Fragen auf dieser Seite auch. Es ist sehr einfach. Auf Wiedersehen. Sie lassen dir nicht eine Räume tournieren? Das ist definitiv schade über dieses Ort. Okay, voll verdächtig. Bei Krammerler wird es auch noch überwacht. Das habe ich ja von Anfang an gesagt. So. Wir können schon mal ein bisschen zum Ort gehen. Das ist ja die Station. Okay. Ab durch die City, Leute. Das ist ja die Station. Okay. Ab durch die City, Leute. Weiß. Die Stadt ist groß, ey. Muss ich sagen. Das ist grün. Wir können drüber. Wir haben die Malala. Ist geschlossen. Okay. Wir müssen in die andere Richtung. So. Da sind Gegner. Ja gut, Leute. Ich würde mich fürs erste Mal abschieben. Ich bereite mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Folge. Haut rein. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.